Ja hallo, ich bin der Thomas von Predicate in Bonn und heute stelle ich euch wieder ein API-Management-Tool vor, den API-Manager von WSO2. Den Quellcode des WSO2-API-Managers, den findet man auf GitHub. Ja, es gibt hier nur 180 Sterne, aber das liegt vielleicht auch daran, dass der WSO2 kommerziell vertrieben wird und vielleicht nicht das typische Open-Source-Produkt ist, der Quellcode ist aber offen. Er ist veröffentlicht unter einer Apache-2er-Lazenz, das heißt, man kann damit machen, was man möchte und der einzigste Unterschied zwischen der kommerziellen Version und der Open-Source-Version ist der, dass man bei der kommerziellen Updates bekommt, die man automatisch einspielen kann und bei der Open-Source-Version muss man, wenn es eine neue Version gibt und man möchte migrieren, die neue installieren und die Daten migrieren von der alten zur neuen, klar. Und im Support gibt es Unterschiede. Ich schaue mal hier auf die Sprachen, wie dieser API-Manager realisiert ist und wir sehen 95% Java, ein bisschen Shell-Code, Batch-Code, aber hier nochmal 0,6% Ballerina. Ballerina ist ein Microservices-Framework oder nicht Microservices-Sprache. Ist hier auch dabei. Ja, interessant. Die Tour durch das Produkt von WSO2 starte ich im API-Publisher. Hier möchte ich zunächst ein API veröffentlichen. Ich habe die Auswahl, entweder ein API-From-Scratch zu designen oder einen bestehenden Endpunkt zu verwenden. Es gibt die Möglichkeit, SOAP oder REST auszuwählen. Ich wähle hier einen REST-Endpunkt und verwende ein Swagger-File, damit ich nicht ganz so viel tippen muss. Da bekomme ich schon ein paar Dinge vorausgefüllt durch die Ressourcenbeschreibung und klicke mal hier auf Start Creating. Aus der Swagger-Datei wurden jetzt einige Daten entnommen, unter anderem auch der Service-Name. Aber mit dem kommt WSO2 nicht zurecht. Hier sind Spaces drin, Leerzeichen. Die muss ich entfernen, damit das hier akzeptiert wird. Der Kontextpfad wurde übernommen. Die Version sieht schon mal ganz gut aus. Und natürlich hier unten die API-Beschreibung aus dem Swagger-File. Ich kann jetzt weiter hier das API verändern. Ich kann zum Beispiel hier einen Pfad anfügen mit Post und Put, Add und schon habe ich einen neuen Pfad. So sieht der Editor im WSO2-Produkt aus. Aber es gibt auch die Möglichkeit, hier auf Edit Source zu klicken. Und was wir jetzt sehen, ist der Swagger-Editor, eine alte Version, die es Open Source gibt, die man sich herunterladen kann in eigene Produkte integrieren. Und die wurde hier auch integriert. Wie gesagt, eine ältere Version. Ich sehe auch hier jede Menge Fehler, die dieses Swagger-Dokument haben soll. Wahrscheinlich sind da auch ein paar dabei. Und hier rechts sehe ich dann halt auch nochmal eine detaillierte Auflistung meines APIs, grafisch aufbereitet, mit Live-Update. Also wenn ich hier links was ändere, wird auch rechts was geändert. Aber das kennt der eine oder andere vielleicht vom Swagger-Editor. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut euch den Swagger-Editor an oder werft mal einen Blick in mein Video zu Swagger. Das verlinke ich euch unten. Ich gehe einfach mal wieder zurück hier rein. Und zum nächsten Schritt. Ich wähle einen existierenden Endpunkt aus. Dieser hätte auch aus dem Swagger übernommen werden können. Passiert hier aber nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Deshalb kopiere ich einfach die Adresse hier rein, des Endpunktes. Und kann vielleicht nochmal eine Mediation Policy einstellen. Also, dass nochmal irgendwas mit dem Request oder Response getan wird. Ihr seht hier auch Inflow und Outflow. Das lässt schon schließen, was denn hier drunter liegt. Aber dazu später mehr. Ich wähle einfach mal das Loggen einer Message aus. Ja, es gibt hier auch nicht allzu viel. Also, andere Produkte bieten hier wesentlich mehr an. Das ist ein bisschen karriert. Okay. Weiter geht's. Und jetzt kann ich nochmal ein paar Details zum Frottling, zum Plan usw. angeben. Interessant für mich wäre jetzt, verschiedene Pläne anzugeben, wie zum Beispiel ein Unlimited Access. Alles Weitere ist okay. Übernehme ich einfach Save & Publish. Die API ist veröffentlicht. Er verweist mich gleich auf den Store. Da gehe ich mal hin und schaue mir dort das API an. Ich bin jetzt im Store und versuche mal, den Service aufzurufen. Das ist die Beschreibung mit den Daten, wie wir sie schon gesehen haben. Hier ist die API-Konsole. Und hier unten sehen wir wieder die Swagger UI. Da probiere ich jetzt mal einen Aufruf zu machen. Try it. Execute. Und man sieht, hier hat er schon einen Key eingetragen. Aber das klappt nicht. Der ist irgendwie falsch. Ich komme nicht drauf. Ich muss hier als allererstes eine Subscription anlegen. Ich muss sagen, dass ich jetzt zugreifen möchte auf dieses API. Und der Zugriff auf APIs, der wird verwaltet in Applikationen. In einer Applikation können mehrere APIs zusammengefasst sein. Dafür gibt es einen gemeinsamen Key. Und mit diesem Key kann man all diese APIs ansprechen. Macht auch Sinn. Also ich möchte hier zum Beispiel ein Client für den Shop erstellen. Und OOF2 als Token-Type. Ich mache hier Add. Okay. Und dann kann ich hier oben diese Applikation auswählen. Ich wähle den Goldplan aus. Drücke auf Subscribe. Ja, ich gehe mal auf View Subscriptions. Da sehe ich die Subscription auf den Fruit Shop. Und hier sind die Keys. Production Keys. Ich kann jetzt über OOF2 zugreifen. Es gibt verschiedene Grant-Typen, die unterstützt werden. Ja, Key ist noch nicht da. Den generiere ich. Wunderbar. Das ist jetzt das Access-Token, um darauf zuzugreifen. Hier oben Consumer Key, Consumer Secret. Alles, was ich brauche für den Zugriff über OOF2. Ich sehe auch, wie die Aufrufe aussehen. Mit Curl-Beispielen. Wunderbar gemacht. Und damit könnte ich loslegen, das API von der Kommandozeile oder in meinem Client aus aufzurufen. Ich möchte es aber mal probieren. Hier eben in der Oberfläche. Und dazu wechsle ich wieder zu den APIs. Den Key habe ich ja kopiert. Fruit Shop hier. Und ich gehe in die API-Konsole. Kann jetzt den Client Shop aussuchen. Er müsste jetzt hier mal auch den Key schon mit übernommen haben. und kann versuchen, mit diesem Key Categories aufzurufen. Ich probiere es mal. Und wunderbar, das hat geklappt. Ihr seht hier die Categories. Die hat er zurückgegeben. Wir haben uns erfolgreich subscribed. Ich bin jetzt wieder im Publisher und möchte euch dort noch ein paar Features zeigen. Das erste wäre der Service-Live-Cycle. Der ist ganz nett gemacht. Ich gehe hier zu meinem Fruit Shop AP zum Veröffentlichen. Und hier gibt es den Live-Cycle. Da sehe ich das Live-Cycle-Diagramm, wie sich das WSO2 gedacht hat. Mein Service ist Published. Und ich kann den zurückbefördern zu Created. Und jetzt ist er nicht mehr verfügbar. Ja, ich kann hier auch noch scrollen. Das ist ganz nett. Mein Service ist jetzt wieder im Zustand Created. Und von dort aus kann ich sagen, ich möchte den jetzt zuerst mal als Prototype veröffentlichen. Dann ist er hier. Veröffentlichen für den öffentlichen Zugang. Ja, und so weiter. Blockieren, deprecaten, retiren. Das alles geht. Das macht auch besonders Sinn, zusammen mit Versionen. Also ich kann hier oben auch nochmal eine neue Version erzeugen. Zum Beispiel die 1.0.1er-Version. Ich mache die zur Default-Version. Okay. Ich habe eine neue Version erzeugt. Fruit Shop 1, Fruit Shop 1.0.1. Ein User, Null User. Er zeigt mir immer an, wie viele Users es da gibt. Und das macht es mir auch leichter, eine alte Version rauszunehmen. Wenn ich sehe, da gibt es keinen User mehr oder fast keiner mehr. Und da kann ich auch nachschauen, wer das ist. Und kann dafür sorgen, dass die migrieren zur neuen Version. Also das ist sehr schön gemacht. Die letzte Komponente, die ich euch vorstellen möchte, ist die Management-Konsole. Wie ihr seht, sind wir hier in einem ganz anderen Design. Also der Store und der Publisher, der ist ganz neu und trendy gemacht mit einer Web-Oberfläche. Ja, wie wir es heute gewohnt sind. Und das hier, das sieht aus wie vor 10 Jahren. Ist auch von vor 10 Jahren. Das ist praktisch nichts anderes als die SOA Registry, die Service-Oriented Architecture Registry von WSO2. Das Carbon-Produkt. Das seht ihr auch in der Konsole. Hier oben steht Carbon. Die wurde recycelt. Und der Publisher und der Store, der API-Manager, das ist nur eine Erweiterung auf dieser, ich sag mal, Battle-Tested-Umgebung. Die ist ja zigmal installiert. Da hat auch WSO2 einen Erfolg gehabt. Habt ihr einiges gemacht. Hat hier eine Verbreitung erzielt. Aber das ist hier noch dieser alte Teil. Ja, alt, aber mächtig. Also ihr seht, hier gibt es unheimlich viel. Ihr könnt hier die User-Rollen verwalten, aber auch die Komponenten, die Applikationen, die Flüsse hierdurch. Ja, und da drunter, da steckt dann wieder der WSO2 Enterprise Service Bus. Also ihr hört richtig, hier ist der Enterprise Service Bus drin. Also um das API-Gateway zu verwenden, wird hier so ein ganzer Bus installiert. Das Produkt ist trotzdem noch einigermaßen schlank im Vergleich zu anderen kommerziellen Produkten. Nur 400 Megabyte im Download. Ja, also für das, was da geboten wird, ist das noch relativ kompakt. Ja, und ich möchte jetzt nur noch mal auf eine Sache klicken. Hier, hier seht ihr das Service Bus. Also das hier, das ist das eigentliche Fundament. Und wenn ich hier auf View Source gehe, dann seht ihr eine Konfiguration, eine XML-Konfiguration. Und der Namespace hier oben, der verrät euch schon, was das ist. Das ist Apache Synapse und Apache Synapse, das ist ein Projekt, das auf Apache Axis 2, also diese uralte SOAP-Engine aufsetzt. Und damit eine Art Mediation-Engine für Nachrichten realisiert. Auf der Basis von Ideen, die noch aus dem SOAP sind. Ihr seht auch hier wieder Inflow oder Insequence, Outsequence. Das ist alles noch dieser alte Ballast. Und hier ist auch, ja, man sieht es viel XML-Schema drin, WSDL und so weiter. Wahrscheinlich finde ich hier drin auch, kann ich hier suchen. Ja, hier ist der Fruit Shop. Also hier drin ist jetzt mein API versteckt. Und das wird hier eingeklinkt mit diesem XML. Also ich hätte es auch hier schreiben können. Ich kann es exportieren, ich kann es auch einladen. Und das ist auch ein Trick, wie ihr die OpenSUS-Lizenz benutzen könnt. Die freie, ihr bekommt alles außer Updates, also neue Version installieren, all das XML-File abspeichern, in neuen einspielen. Und wenn das einigermaßen passt, aber da verändert sich nicht so viel, dann habt ihr eure Services in der neuen Version. Ja, das ist auch die Stärke, Schwäche, das Besondere an der WSO2-Lösung. Also wer nur Rest macht, da würde ich vielleicht ein anderes Produkt nehmen. Wer noch sehr viel SOAP mit integrieren muss, für den kann WSO2 sicherlich interessant sein. Das ist auch die Stärke, Schwäche, das ist auch die Stärke.